Ich glaube nicht, dass wir in einer vergleichbaren Situation sind wie seiner Zeit. Wir haben jetzt gerade gehört, was die BaFin über Pressemitteilungen herausgegeben hat, was das Finanzministerium dazu gesagt hat. Insofern würde ich solche doch, solche historischen Vergleiche im Augenblick noch ablehnen. Der Bundeskanzler ist informiert über die Lage, die sich in den vergangenen Tagen in den Vereinigten Staaten, insbesondere in Kalifornien, abgespielt hat. Wir beobachten die aktuelle Lage eng. Gemeinsam mit der BaFin und der Bundesbank zu konkreten Fragen zum Sachverhalt möchte ich Sie an die Pressestelle der BaFin verweisen. Wenn ich nicht, dann fangen wir weiter mit der Finanzkrise.